Willkommen auf dem YouTube-Kanal Scientor, euer Kanal, um euch im Schach zu verbessern und der Kanal, wo ich euch auch auf meine schachliche Karriere mitnehme. Wir sind hier immer noch bei der deutschen Mannschaftsmeisterschaft und sind jetzt mittlerweile in der fünften Runde angekommen. Ich spiele hier gegen einen Fiedemeister mit Schwarz und ich denke, damit ist genug gesagt. Wir schauen uns direkt an, wie diese Partie hier verläuft. Die fünfte Runde hat hier am Montag stattgefunden und das heißt so viel wie, dass wir den dritten Tag in Folge Doppelrunde gespielt haben. Ich spiele hier am ersten Brett gegen Niko Stelmer-Zück. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wir sehen jetzt hier E4, C5, C3. Soweit hatte ich das noch erwartet und auch vorbereitet. Jetzt habe ich hier D5 mal gespielt. Meine Hauptwaffe ist eigentlich Springer F6, aber ich wollte auch mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, ihn vielleicht hier auch schon relativ früh überraschen. Wir sehen D5, Schlägt D5, Springer F6 und hier hatte ich vorbereitet, dass er C4 spielt und dann wollte ich hier mit E6 einen Bauern opfern. Und Schwarz kriegt dafür eigentlich immer ganz gute Kompensation, kann hier mit Springer C6 spielen, Kontrolle über D4 ausüben und das kann man eigentlich ganz gut spielen mit Schwarz. Das hatte ich glaube ich auch schon mal vorgestellt, als ich hier Varianten gegen Alapin rausgesucht habe. Das findest du auch auf dem Kanal. Einfach suchen. Und tatsächlich spielt er hier aber nicht mit C4 weiter, sondern macht hier Dame A4 Schach. Und danach ist es ein bisschen eine andere Geschichte hier, denn hier war ich überhaupt nicht mehr vorbereitet. Er natürlich schon. Und ich wähle hier schon den falschen Zug eigentlich, den falschen Ansatz. Und zwar dachte ich, okay, die Dame gibt einen Schach, irgendwie darf die doch nicht so früh rausziehen, ich will das sofort bestrafen. Entwicke eine Figur mit Tempo mit Läufer D7. Das Problem ist, dass jetzt der Bauer auf B7 ein bisschen wackelig ist und nach Dame B3 sofort angegriffen ist. Es wäre deswegen stärker gewesen, hier mit Springer D7 zu spielen, wonach ich hier meine Stellung kompakt halte. Und falls jetzt Weiß versuchen sollte, hier mit C4 seinen Bauer zu decken, ist hier sehr stark B5 möglich. Schwarz opfert hier einen Bauer, aber kriegt jetzt sehr aktives Figurenspiel. Falls ihr jetzt mit dem Bauer nimmt, ist das schon sofort besser für Schwarz. Wir machen Springer B6, Dame D1 und jetzt Läufer F5. Schwarz kriegt alle Figuren ins Spiel. Es ist nur ein minimaler Vorteil für Schwarz, aber viel schwerer zu spielen mit Weiß. Also er sollte schon mit der Dame nehmen nach B5. Und nach Dame schlägt B5, kommt Turm B8, Dame A4. Und jetzt kann man hier mit E6 sogar die Struktur noch schwächen lassen. Denn Schwarz spielt hier mit allem, was er hat, darauf, dass er sehr aktives Figurenspiel bekommt. Und das heißt, die Strukturen so, ist erstmal nicht so wichtig. Schwarz versucht eh nur sehr dynamisch direkt hier auf Weiß zu spielen und ihn anzugreifen. Und deswegen ist das hier möglich. Aber ich kannte die Variante nicht und ich glaube, wenn man die Variante nicht kennt, ist es unrealistisch, dass man das am Brett findet. Ich habe mit Läufer D7 gespielt. Es folgt Dame B3 und greift jetzt hier meinen Bauer auf B7 an. Und hier habe ich ein bisschen länger überlegt, wie ich jetzt hier genau weiterspielen soll. Ich muss den Bauer natürlich irgendwie verteidigen. Ich habe überlegt, ob ich Dame B6 mache. Aber letzten Endes dachte ich, dass Weiß hier auch einfach tauschen kann und dann mit C4 spielt. Der Computer spuckt hier aus, dass das okay ist und ich mit Springer A6 sogar besser stehe. Der Springer kommt nach B4 und das ist sehr gefährlich. Okay, was kann Weiß stattdessen machen? Tatsächlich wäre hier Läufer C4 gut möglich gewesen. Und auch Weiß hier einfach Vorteil behält mit seinem Mehrbauer. Okay, in der Partie habe ich mich dann auch nicht für Dame C7 entschieden, weil ich Angst vor Läufer C4 hatte, was sofort mit Tempo kommt, weil es jetzt D6 droht, wonach auch der Bauer auf D7 hängen würde. Fand ich sehr unangenehm zu spielen. Der Computer spuckt hier schon wieder B5 aus, aber auch hier sagt er, klarer Vorteil Weiß. Das heißt, Dame C7 ist auch nicht gut und ich habe mich dann für Dame C8 entschieden, um hier den Bauer zu decken, was natürlich aber auch sehr traurig aussieht. Und Dame C8, die Dame gehörte eigentlich nicht hin. Wir sehen jetzt Springer F3 von Nico hier. Ich habe mit E6 gespielt, wollte jetzt hier endlich mal den Bauer auf D5 loswerden. Und Nico nimmt tatsächlich raus, Läufer schlägt E6, Läufer C4, Läufer schlägt C4, Dame schlägt C4, Läufer E7, kurze Hochhade, kurze Hochhade. Und wenn wir uns jetzt die Stellung mal anschauen, hat Weiß einfach einen Bauer mehr. Und das zeigt, wie genau man diese Variante einfach kennen muss. Wenn man hier schon einen Bauer opfert, dann muss man wissen, was man dafür bekommt, denn hier hat Weiß einfach klaren Vorteil und hat schon einen Bauer mehr. Es folgt jetzt D4, Springer BD7, Turm E1, Turm E8, Läufer G5. Und hier war noch ein kritischer Moment. Und zwar musste man hier gut durchrechnen, dass Springer G5 nicht sofort gewinnt, weil es greift hier einfach F7 an und Turm E8 ist nicht möglich, weil mein Läufer hängt. Und tatsächlich hatte ich das in der Partie nicht mal durchgerechnet, hatte hier ein bisschen Glück, dass das nicht so hundertprozentig funktioniert. Ich war einfach schon fertig nach den ersten beiden Tagen. Zwei Tage Doppelrunde ist einfach hart hier. Und jetzt hier schon Bauer weniger. Ich war mental schon ein bisschen gebrochen in der Partie. Aber ich hatte dann noch gefunden, dass hier Springer D5 geht. Sieht super komisch aus, aber nach Dame schlägt D5 folgt jetzt Läufer schlägt G5. Es hängt auch sofort der Turm auf E1, das heißt der Läufer kann nicht genommen werden wegen Matt. Und nach Turm schlägt E8, Dame schlägt E8, droht hier schon wieder Matt. Und jetzt geht hier aber Springer D2 und Weiß behält hier trotzdem Vorteil, aber die Partie ist noch nicht sofort vorbei. Nico hat sich dagegen entschlossen, diese Variante zu spielen. Und hat stattdessen einfach mit Läufer G5 weitergespielt. Und jetzt wäre hier eine Chance gewesen, noch ganz gut weiterzuspielen mit Schwarz, indem ich hier auf D4 einfach rausschlage. Und nach Dame schlägt C8, Turm schlägt C8, Springer schlägt D4. Habe ich hier immerhin leicht bessere Entwicklung für den Bauer, aber ich denke auch nicht, dass das hier ausreicht, denn es ist ja überhaupt keine Gefahr hier für Weiß. Er entwickelt einfach seinen nächsten Springer und ich stehe schlecht. Das kann ich so eigentlich nicht machen. Stattdessen habe ich hier erst mit H6 gespielt, den Weißen Läufer verscheucht. Es folgt Läufer H4. Und jetzt habe ich meine Chance ergriffen. Ich muss hier ja irgendwie taktisch und direkt spielen. Und habe hier B5 gemacht. Mit der Idee, dass wenn Weiß den Bauer nehmen sollte, ich mit Turm B8 spielen kann. Und nach Dame D3, Turm schlägt B2 auch noch meine letzte Figur aktiviert bekomme. Und ich dachte, okay, wird wahrscheinlich immer noch besser für Weiß sein. Aber ich habe immerhin noch eine Figur mehr aktiv. Nico hat sich auf das gar nicht eingelassen und hat stattdessen einfach Dame D3 gemacht. Und hiernach folgt jetzt Dame B7. Ich wollte auch D5 kontrollieren, dass D5 nicht sofort geht von Weiß. Wir sehen Springer D2. Turm D8, Turm E2. Und hier dachte ich, dass ich eine sehr gute Option habe, hier taktisch weiter zu spielen. Und habe hier den Zug Springer D5 gemacht. Mit der Idee hier mit Springer F4 zu spielen, beide Figuren zu gabeln. Und dachte, dass das hier einfach funktioniert. Aber Nico hat mich hier ein bisschen auseinandergenommen jetzt. Er hat einfach weiter gerechnet als ich. Er spielt hier mit Läufer schlägt E7. Und den Zug hatte ich gar nicht auf der Rechnung. Weil ich dachte, es geht hier einfach nicht. Ich dachte, Weiß muss sich unbedingt um diese Festung, um diese Drohung hier kümmern. Ich dachte, Läufer G3 wäre der einzige Zug. Auch hiernach steht Weiß noch besser. Aber ich dachte, dann habe ich zumindest mit Springer D5 ein bisschen was erreicht. Läufer schlägt E7 hat mich kalt erwischt. Ich habe trotzdem Springer F4 gemacht. Und dachte, dass ich hier jetzt einfach Material gewinne. Aber tatsächlich gibt jetzt Weiß hier die Dame ab mit Läufer schlägt D8. Und kriegt einfach super viel Material dafür. Klar, ich kann jetzt auch den Turm nehmen. Aber danach habe ich einfach eine Figur weniger. Wenn ich jetzt den Läufer nehme, nimmt er den Springer. Eine Figur mehr für Weiß glatt gewonnen. Das heißt, ich habe die Dame genommen. Aber jetzt hat Weiß zwei Türme und einen Läufer für die Dame. Und noch ein Bauer mehr. Und das ist viel zu viel. Ich habe hier noch versucht, ein bisschen aktiv was zu spielen hier. Mit G5 später. Wir sehen H5. Aber Nico hat das hier gut gemacht. Es ist hier nicht mehr viel möglich gewesen. Springer E1 kommt hier. Springer E5. War die Idee, dass ich jetzt den Springer gewinne dafür. Indem ich hier die Verbindung blockiere. Aber er nimmt einfach den Springer raus. Dame schlägt E5. Turm D1. Und seine Figuren trinken jetzt einfach in meine Stellung ein. Hier wird einmal getauscht. Jetzt folgt hier Turm D7 Schach. Und der beste Zug wäre jetzt eigentlich König H6 gewesen. Wonach ich dann nach Turm D6 auch noch meine Dame abgebe. Aber das ist natürlich auch sofort verloren. Deswegen habe ich jetzt hier König G6 gemacht. Turm D6 Schach. König F5. Und habe mich noch matt setzen lassen. Ich finde, dass es auch ein bisschen aus Fairness. Und ja, ich wollte dem Gegner hier noch das Matt immerhin gönnen. Naja, was kann man zu dieser Partie sagen? Im Prinzip einfach die falsche Eröffnungsvariante gewählt. Ich kannte mich nicht gut aus. Läufer D7 war kein guter Zug. Und am Ende hatte Weiß einfach einen Bauer mehr. Hat mich dann überspielt. Ich denke, mit so einer Liederlage kommt man ganz gut klar noch. Weil es einfach glatt überspielt war. Und ja, vielleicht läuft es in der nächsten Runde besser. Wir sehen uns in der sechsten Runde gleich im nächsten Video. Bis dann. Dein Janik. Ciao.